Ja. Läuft schon? Hä? Du brauchst das schon? Jetzt? Lass doch! Okay, ich komm jetzt! Waaah! 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 Jetzt kannst du, jetzt kannst du auch noch... Moment, kannst du das nicht wegschneiden? Dann steh ich da so hoch, Entschuldigung. Aber oder ich... Oder ich schnack dir nochmal ein. Die Tür. Ja, wieso nochmal? Ja, das geht gut. Das war umgefallen. Leuchtet? Ja. Boah! Oh, okay. Entschuldigung. Halt die Tür.